Wusstest du, dass du auch von zu Hause aus wählen kannst? Jeder Fünfte in NRW wählt schon per Brief. Und bei jeder Wahl werden es mehr. Ob Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl oder Europawahl. Du kannst deine Stimme am Wahltag abgeben, aber auch schon vorher per Briefwahl. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Rechtzeitig vor jeder Wahl landet eine Wahlbenachrichtigung in deinem Briefkasten. Auf der Rückseite dieser Wahlbenachrichtigung kannst du deine Briefwahlunterlagen anfordern. Die musst du nur ausfüllen und absenden oder direkt beim zuständigen Wahlamt abgeben. Alternativ kannst du die Wahlunterlagen auch bei deinem Wahlamt abholen. Dort kannst du diese auch sofort ausfüllen und direkt abgeben. Vergiss bitte deinen Personalausweis und deine Wahlbenachrichtigung nicht. Auf den Webseiten vieler Kommunen kannst du die Briefwahlunterlagen auch online beantragen oder durch Scannen eines QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung anfordern. Kurze Zeit später bekommst du per Post deine Wahlunterlagen. Diese bestehen aus dem Wahlschein, einer Anleitung – um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du hier auch nochmal nachlesen, wie es geht – einem roten Briefumschlag mit Adresse, einem blauen Briefumschlag ohne Adresse und – ganz wichtig – einem oder mehreren Stimmzetteln für die jeweils stattfindende Wahl. Mit dem Kreuzchen triffst du deine Wahl – am besten natürlich für die SPD. Ab damit in den blauen Umschlag und zukleben. Danach füllst du den Wahlschein aus – mit Ort, Datum und Unterschrift. Den ausgefüllten Wahlschein und den blauen Umschlag steckst du in den roten Umschlag. Zukleben und fertig. Mit dem Versenden der Unterlagen wartest du am besten nicht zu lange. Die müssen nämlich rechtzeitig ankommen – spätestens am Wahltag. Die Adresse steht bereits auf dem Umschlag, den du übrigens nicht frankieren musst. Einfach ab die Post und deine Stimme geht nicht verloren. So einfach ist das. Super, oder? Am 13. September bei der Kommunalwahl hier in NRW wollen wir zu Hause überzeugen. Und ich hab da auch noch einen Tipp für euch. SPD wählen.